Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute bin ich wieder am Start natürlich, euer Skillgamer und abonnieren nicht vergessen und Glocke aktivieren und liken. Ich hoffe ihr kennt mich meinen Nachmacher, der ist auch Skillgamer, den kenne ich auch privat und er hat mir halt nachgemacht, aber ich finde das, er macht mir auch öfters was nach, aber ich finde es auch ehrenlos, dass er sowas macht halt. Also ich finde es total ehrenlos, weil er sich keinen eigenen Namen ausdenken kann, hat er jetzt einfach meinen genommen. Also ich kann mich jetzt auch nicht konzentrieren. Ich finde es halt total ehrenlos, ihr habt vorher einen YouTube-Kanal und jemand nimmt einfach euren YouTube-Kanal-Namen einfach weg.